Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute bin ich alleine unterwegs und zwar auf dem Schaumbergweg. Er ist etwa 25 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Es sind jetzt noch etwa drei Kilometer, dann bin ich oben am Schaumberg angekommen. Ich hoffe euch hat die Tour gefallen, wenn ja einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Und so sage ich in diesem Sinne auch bis dann und bis bald. Ciao, ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020